Geldmarkt-ETFs werden gern als Alternative zu Tagesgeld genannt. Doch wie funktionieren diese Geldmarkt-ETFs? Was ist bei Geldmarkt-ETFs unbedingt zu beachten? Und was ist der Unterschied zwischen einem Geldmarkt-ETF und eben klassischem Tagesgeld? Zum Abschluss gibt es noch einen Bonus. Ich zeige euch, wie ihr euch auf ein Jahr 4% Zinsen sichern könnt und dabei komplett flexibel bleibt. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von finanzgeschichten.com. Mein Name ist Matthias Schmidt und auf diesem Kanal geht es um eure Finanzen. Ja, das Jahr 2023 wird in die Geschichte eingehen als das Jahr, in dem die Haben-Zinsen zurückgekommen sind. Und mit der Rückkehr der Zinsen erfolgt auch eine Rückkehr von Instrumenten, die früher, als es noch Haben-Zinsen gab, eben sehr beliebt waren. Und Geldmarkt-Fonds ist eben genau ein solches Instrument, das heute eben als Geldmarkt-ETF sein Revival feiert. Geldmarkt-Fonds und Geldmarkt-ETFs liefern Renditen auf der Höhe von ertragsstarken Tagesgeldkonten und sie werden eben häufig auch als Alternative zum Tagesgeldkonto genannt. Ob das immer eine sinnvolle Alternative ist, das werden wir im Laufe des Videos noch sehen. Zunächst mal grundsätzlich, was sind Geldmarkt-ETFs und Geldmarkt-Fonds? Diese Fonds und ETFs investieren in kurzlaufende und sichere Zinsanlagen. Also alle Anleihen, die eine relativ kurze Laufzeit haben, nennt man auch Geldmarkt-Papiere. Es können Anleihen von Banken, von Unternehmen oder eben auch von Staaten sein. Wichtig ist, feste Verzinsung, kurze Laufzeit. Wie hoch die Zinsen von diesen in den Fonds und ETFs enthaltenen Papieren ausfallen, das Ganze richtet sich danach, wie die Zinsentwicklung am Markt ist und dadurch, dass die EZB eben die Kurzfristzinsen in den letzten zwölf Monaten deutlich angehoben hat, sind auch die Renditen für Geldmarkt-Papiere und für kurzlaufende Anlagen eben deutlich gestiegen. Bei einem normalen Geldmarkt-Fonds gibt es einen Fondsmanager, der aktiv Papiere aussucht, in die er investiert. Dagegen bezieht sich ein Geldmarkt-ETF auf einen Referenzindex und er bildet eben diesen ab. Also vom Prinzip her ist die Unterscheidung zwischen Geldmarkt-Fonds und Geldmarkt-ETF ähnlich, wie es bei Aktienfonds und Aktien-ETFs ist. Und auch hier, der Geldmarkt-ETF ist die günstigere Variante und er hat in vielen Fällen ganz klare Vorteile, wie wir im Verlauf des Videos noch sehen werden. Geldmarkt-Fonds waren vor allem in den Nullerjahren sehr beliebt. Aber das Ganze hat dann einen Rückschlag erlebt und zwar im Jahr 2008, also im Herbst 2008, die Bank Lehman Brothers pleite ging und damit ja die Finanzkrise ihren Höhepunkt erreicht hat. Da war das Vertrauen zwischen den Banken extrem niedrig. Keine Bank hat der anderen mehr getraut und in einigen dieser Geldmarkt-Fonds waren Commercial Papers drin, die ja relativ toxisch waren und dann gab es Riesenmittelabflüsse von den Anlegern aus Geldmarkt-Fonds heraus. Die Papiere mussten verkauft werden und es gab natürlich kaum Käufer auf dem Markt. Damals griff die US-Regierung ein, hat diesen Markt beruhigt. Sie hat damals einen dreistelligen Milliardenbetrag in die Hand genommen, um eben Vertrauen in diesem Markt wiederherzustellen. Und in der Folge gab es dann einige regulatorische Änderungen. Im Juni 2017 trat die Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Geldmarkt-Fonds in Kraft. Diese Verordnung legt fest, was in die Fonds darf und dass die enthaltenen Instrumente beispielsweise eine maximale Restlaufzeit von 397 Tagen haben dürfen. Zudem gibt es drei Gruppen von Geldmarkt-Fonds. VNAV, CNAV und LVNAV. Die sichersten sind die CNAV-Geldmarkt-Fonds. Diese dürfen nur in öffentliche Schuldtitel investieren. Als im Corona-Crash im Frühjahr 2020 erneut eine angespannte Situation am Geldmarkt herrschte, gab es keine Probleme. Zudem führen die Fonds heute laufend Stresstests durch. Die Probleme der Geldmarkt-Fonds sind bei Geldmarkt-ETFs zudem in meinen Augen aus einem ganz anderen Grund nicht mehr vorhanden. Geldmarkt-ETFs sind nämlich synthetische ETFs. Sie beziehen sich auf einen Referenzindex. Ein Swap, also ein Tauschgeschäft, stellt sicher, dass der ETF die Performance des zugrunde liegenden Index abbildet. Nehmen wir ein Beispiel, nämlich den X-Trackers 2 Euro Overnight Rate Swap UKITS ETF 1C. Er bildet die Wertentwicklung des Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index ab. Dieser Index bildet die Wertanlage einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Zinssatz Euro Short Term Rate von der Europäischen Zentralbank plus einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird. Aktuell beträgt die Euro Short Term Rate der EZB 3,903%. Damit bringt der ETF vor Gebühren eine Rendite von 3,988% pro Jahr. Ziehen wir davon noch die Gesamtkostenquote, TER, Total Expense Ratio, von 0,1% ab, die der ETF hat, dann ergibt sich momentan eine Rendite für den ETF, die der Anleger nachher auch nach Kosten realisieren kann, von 3,888% pro Jahr. Da sich die Entwicklung des ETFs am kurzfristigen EZB-Zins ausrichtet, ist der Kursverlauf sehr schwankungsarm. Beim Blick auf den Chart seit der Emission im Jahr 2006 sehen wir, dass der X-Trackers 2 Euro Overnight Rate Swap UKITS ETF 1C so lange mehr oder minder konstant an Wert verloren hat wie Negativzinsen vorlagen und erst wieder ab Sommer 2022 Wertzuwächse zu verzeichnen hatte. Zudem, selbst als andere Geldmarktfonds in der Finanzkrise stärker geschwankt sind, blieb der Geldmarkt-ETF stabil. Geldmarkt-ETFs können damit also eine sinnvolle Alternative zum Tagesgeld sein. Der große Vorteil ist, bei einem Geldmarkt-ETF handelt es sich um ein Wertpapier. Dieses Wertpapier wird im Depot verwahrt und ist damit Sondervermögen. Wenn also der Broker oder die Bank pleite geht, dann hat es einem Geldmarkt-ETF gar nichts an. Er liegt im Depot. Und damit ist auch die Einlagensicherungsgrenze von 100.000 Euro kein Problem mehr. Also bei einem Tagesgeldkonto sollt ihr nie längerfristig mehr als 100.000 Euro bei einer Bank pro Kunde eben haben, weil nur dieser Betrag der Einlagensicherung unterliegt. Ganz anders als Wertpapiere. Wertpapiere werden im Depot verwahrt und wenn die Bank oder der Broker pleite gehen sollte, dann ist es kein Problem, dann ist das Sondervermögen und die werden einfach auf ein anderes Depot transferiert. Und damit ist es deutlich sicherer als eben Tagesgeld bei höheren Summen. Also bei größeren Beträgen ist der klare Vorteil auf Seiten des Geldmarkt-ETFs. Die Rendite von Geldmarkt-ETFs, die orientiert sich an kurzfristigen Zinssätzen. Es gibt keine Garantie, sie wird jeden Tag im Prinzip am Markt ermittelt. Also anders wie bei Tagesgeld, wo euch teilweise für einige Monate eben feste Renditen zugesagt werden oder es eben irgendwann mal zu einer Absenkung kommt, die dann wieder für eine gewisse Zeit gilt, ist es bei Geldmarkt-ETFs so, dass es eben keine festen Renditen gibt. Es gibt kleinere Schwankungen und die Rendite bildet sich eben immer am Markt. Bei einigen Banken liegt die Rendite beim Tagesgeld noch etwas über dem, was Geldmarkt-Fonds bieten können, also so 4,1%. Aber dann ist zum Beispiel bei Trade Republic teilweise auch die Summe sogar auf 50.000, nicht mal die 100.000, was die Einlagensicherung wäre begrenzt. Also der Punkt ist, wer kein Tagesgeld-Hobbing betreiben will, also von der einen Bank zur anderen oder auf mehrere Banken splitten und immer wieder zu neuen Aktionskonten wechseln will, für den sind Geldmarkt-ETFs eine richtig sinnvolle Lösung. Um Geldmarkt-ETFs handeln zu können, braucht ihr ein Wertpapierdepot bei einer Bank oder bei einem Broker. Die Geldmarkt-ETFs können genau wie andere ETFs auch entweder über die Börse oder über die Fondsgesellschaft gehandelt werden. Wichtig ist, es gibt eine Wertstellung von zwei Tagen. Was bedeutet das? Nehmen wir an, ihr verkauft ein Geldmarkt-ETF am Montag. Dann ist das Geld bei vielen Brokern inzwischen sofort auf dem Konto sichtbar und auch verfügbar. Aber Wertstellung, Valuta ist erst Mittwoch, zwei Bankarbeitstage später. Und wenn ihr das Geld dann direkt am Montag weitertransferiert, dann würde eben für diese zwei Tage Überziehungszins berechnet werden. Da ist eben das Tagesgeld im Vorteil, weil das könnt ihr jederzeit wegtransferieren und es wird ab dem Tag, wo ihr es wegtransferiert, dann eben nicht mehr verzinst. Wo ihr ebenfalls aufpassen müsst, das sind die Handelskosten beim ETF. Also für Kauf und Verkauf fallen in vielen Fällen Gebühren an. Neben den Gebühren des Brokers noch die Gebühren des Handelsplatzes. Und ihr dürft den Spread nicht außer Acht lassen. Während der Haupthandelszeiten ist der Spread beim Geldmarkt-ETF eigentlich in der Regel extrem gering. Ich habe am Freitagnachmittag immer den X-Trackers 2 Euro Overnight Rate Swap UKITS ETF 1C auf Tradegate angeschaut. Und da war der Spread 139,22 zu 139,23. Also gerade mal 1 Cent Spread. Das ist natürlich nichts und der Umsatz war im Millionenbereich. Achtet aber noch darauf, über welchen Börsenplatz ihr kauft. Vor allem auch, welche Nebenkosten euch der Broker für diesen Börsenplatz abrechnet. Und je nachdem kann es eben sinnvoll sein, zum Beispiel über Tradegate zu gehen, eine kleine Gebühr zu zahlen und dafür aber den engen Spread zu haben. Oder eben bei kleineren Beträgen über GEDEX zu handeln und dafür einen etwas höheren Spread zu haben, aber in Summe eben billiger zu kommen. Und schaut auch darauf, an welchem Börsenplatz der ETF eben wie liquide gehandelt ist. Hin und wieder gibt es zudem kleinere Schwankungen, da der Börsenkurs vom Net Asset Value durchaus mal ein bisschen abweicht oder eben der Spread ausgeweitet wird. Also gerade im Chart, solche Zacken kommen auch manchmal daher, dass dann Kurse am Abend genommen werden und entweder nur der Geld oder der Briefkurs angezeigt wird, also das Spread ein bisschen größer war und einmal wird der Geld, einmal wird der Briefkurs angezeigt. Davon nicht verunsichern lassen, aber schaut immerhin, wenn ihr kauft, wie war der Kurs am Tag vorher. Die Veränderungen sind nicht besonders groß von einem Tag auf den anderen. Und wenn sie größer abweichen, dann Vorsicht und lieber hinterfragen. Eine Strategie kann es auch sein, kleinere Beträge zum Beispiel über ETF-Sparplan in den Geldmarkt, ETF einzuzahlen. Bei vielen Banken gibt es den Sparplan kostenfrei oder relativ kostengünstig. Den ETF von X-Trackers gibt es auch als ausschüttende Variante. Den sehen wir hier. Synthetische ETFs gibt es zudem noch von Amundi und Luxor. Allerdings, hier würde ich im Moment eher zurückhaltend sein. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, Amundi hat gerade Luxor übernommen und es werden viele ETFs von den zwei Gesellschaften zusammengelegt. Es wäre ärgerlich, wenn ihr jetzt einen kauft und dann gibt es irgendwelche Zusammenlegungen in Kürze. Zudem war die Performance des Amundi-ETFs in den letzten fünf Jahren doch merklich schlechter als die des ETFs von X-Trackers, wie wir im Chart eben hier sehen. Und auch im 1- und 3-Jahres-Vergleich liegt eben Amundi deutlich hinten. Wenn also nun die Zinsen wieder sinken, dann gehen die Renditen bei Geldmarkt-ETFs auch wieder relativ zügig zurück. Vor allem, wenn die EZB eben anfängt, die kurzfristigen Zinsen zu senken. Das ist der wesentliche Einflussfaktor. Es gibt aber eine Möglichkeit, wie ihr euch zumindest mal für ein Jahr die 4% sichern könnt. Und zwar das geht, wenn ihr noch kein Kunde bei Consors seid. Für Neukunden bietet Consors für sechs Monate einen Zinssatz von 4% aufs Tagesgeldkonto an. Diese sechs Monate können auf zwölf Monate verlängert werden, wenn ihr innerhalb der ersten vier Monate entweder 100 Euro in einen Sparplan einzahlt und den eben ein Jahr durchzieht. Oder wenn ihr einmalig eine Wertpapierorder von mindestens 1.000 Euro tätigt. Die Kosten dafür sind irgendwo zwischen 10 und 20 Euro. Das ist jetzt nicht die Welt. Dafür verlängert ihr aber den Garantiezins von 4% auf ein ganzes Jahr. Und das Ganze geht bei Consors bis eine Million. Ich habe oben schon erklärt, es ist wegen der Einlagensicherung nicht sinnvoll, diese Million auszureizen, sondern eben maximal bis 100.000 zu gehen. Aber auch bei 100.000 Euro ist das schon ein ordentlicher Zinsmehrertrag, den ihr für die Bar-Euro-Kosten dann bekommt, um diese Bedingungen eben zu erfüllen. Wenn ihr Interesse an dem Angebot habt, ich verlinke euch das Ganze unten. Könnt ihr gerne über meinen Link abschließen. Das ist ein Affiliate-Link. Bei Affiliate-Links ist es so, dass ich eine kleine Vergütung bekomme dafür, aber für euch keine Nachteile entstehen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte einen Kommentar und einen Daumen nach oben. Und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.